In der ersten Stufe, an unterster Stelle, sehen Sie die physiologischen Grund- und Existenzbedürfnisse, wie zum Beispiel ausreichend Nahrung, Wärme und so weiter. Sie sind nach Maslows Auffassung die grundlegendsten und elementarsten unter allen Bedürfnissen. In der zweiten Stufe der Hierarchie innerhalb der Maslowschen Bedürfnispyramide sehen Sie die Sicherheitsbedürfnisse. Darunter versteht man die Sicherheit, den Schutz, die Stabilität, die Geborgenheit, das Verlangen nach Strukturen, Ordnungen, Grenzen, Regeln und Gesetzen. Nach den Sicherheitsbedürfnissen folgen auf der dritten Ebene die sozialen Bedürfnisse. Wenn die untersten beiden Ebenen der Bedürfnispyramide befriedigt sind, verlangt der Mensch nach Zuneigung und Liebe und im beruflichen Kontext nach sozialer Anerkennung und Zugehörigkeit. Dieser Hierarchie der Bedürfnisse folgt dann die vierte Ebene mit Anerkennung und Wertschätzung der eigenen Person und ihrer Leistung sowie letztendlich auf der obersten, fünften Stufe die Selbstverwirklichung eines Menschen. Maslows sieht in seiner Theorie der Bedürfnispyramide folgende Unterschiede zwischen den verschiedenen Ebenen. Je niedriger die Ebene ist, umso wichtiger sind die Bedürfnisse für das eigentliche Überleben. Deshalb unterscheidet er zwischen den niedrigen Bedürfnissen und Wachstumsbedürfnissen, den höheren Bedürfnissen. Die Wachstumsbedürfnisse, wie also zum Beispiel das Streben nach Selbstverwirklichung, treten erst dann in den Vordergrund, wenn die Defizitbedürfnisse erfüllt sind. Durch sie erfolgt schließlich die Verstärkung der eigenen Individualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017